Hi Leute, der Samu hier. Ich hatte euch ja in einem anderen Video verraten, dass es ein bisschen was abzustauben gibt in Bezug auf Seasons 2.0 und die werden höchstwahrscheinlich so um den 29. rum starten. Dort fangen auch die Drops an und jetzt kann ich euch endlich mal ein bisschen was zeigen, was es denn genau gibt. Wir hatten es kurz angesprochen, aber dass ihr mal das Ganze seht. Das Ganze wird ein kurzes Video. Wir gehen nur kurz mal durch für 15 Minuten Zuschauen. Wie gesagt, das Ganze läuft nur auf Twitch. 15 Minuten Zuschauen gibt es eine Exokiste, bei 30 gibt es zwei benannte Behälter. Bei einer Stunde gibt es den Spider Pumpkin Universal Waffenskin. Wer auf Halloween steht, der kommt hier inne drum rum. Das sieht schon cool aus. Dann bei anderthalb Stunden Zuschauen gibt es den Spooky Arm Patch. Der ist eigentlich ganz nice. Ich mag Halloween. Könnt mir auch mal droppen, ob ihr Halloween auch gut findet. Generell. Dann für zwei Stunden Zuschauen gibt es The Devil Backpack Trophy. Auch ziemlich cool. Der lieb ich jetzt nicht so geil, aber nach zweieinhalb Stunden gibt es den Universal Weapon Skin. Eure Waffe. Der sieht so aus. Das ist jetzt nicht mein Fall. Aber die Maske sieht richtig nice aus, finde ich. Die gibt es nach dreieinhalb Stunden Zuschauen. Die rosa Mask. Wir hatten es ja in einem anderen Video angesprochen. Da kannst du dir halt nichts drüber vorstellen, wenn du kein Bild hast. Dementsprechend, ihr wisst, was euch erwartet, Leute. Und das war es auch schon. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye. Ich war es wieder. Hallo good. Dann geredet mich, ciao begin.